Willkommen zu diesem Video, heute geht es um die besten drei Mini-Gasgrills. Vorstellen möchten wir euch drei kompakte, aber leistungsstarke Tischgrills, welche mit Gas betrieben werden. Damit ihr das richtige Modell für eure Ansprüche finden könnt, werden wir euch drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Da sollte wie gesagt für jeden was dabei sein. Viel Spaß nun also beim Zuschauen. Wenn ihr nach dem Video noch mehr zu den Tischgrills erfahren wollt, schaut auch gerne mal in der Videobeschreibung nach. Unter diesem Video haben wir euch alle drei Modelle dort nämlich verlinkt. Nun aber viel Spaß mit dem eigentlichen Video und der Vorstellung des ersten kleinen Gasgrills. Vorstellen möchten wir euch das Modell der ersten Preis- und auch Leistungsklasse, den ultrakompakten Grill2Go von Taino. Dieses Modell ist der perfekte Begleiter für ein spontanes Grillvergnügen. Er wiegt lediglich 6 Kilogramm und besteht aus einem hitzebeständigen und pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse. Grillrost und Brenner bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Der Rost hat einen Durchmesser von 31 Zentimetern und der Brenner bringt es auf eine Gesamtleistung von 2,5 Kilowatt. Mit diesen Abmessungen und Werten ist das Modell perfekt für ein bis zwei Personen geeignet. Dabei überzeugt das Modell vor allem wie gesagt durch sein kompaktes Design und sein leichtes Gewicht, wodurch er überall mit hingenommen werden kann und auch super einfach verstaut wird. Das Modell überzeugt auch durch seine individuelle stufenlose Einstellung der Brennerleistung, den Deckel, der natürlich abnehmbar und für ein besseres Grillen und Garen aufsetzbar ist, sowie auch durch die zuverlässige und herausnehmbare Fettschale. Betrieben wird der kompakte Grill2Go vor allem mit kleinen 500 Gramm Butanflaschen durch einen Gasregler-Schlauch, den man dazu bestellen kann. Kann man ohne Probleme aber auch 5 oder 11 Kilogramm Gasflaschen an den Grill anschließen. Mehr Infos zum Modell und seinem ganzen Zubehör könnt ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung erfahren. Dort könnt ihr das Modell auch in zwei verschiedenen Farbvarianten in schwarz oder grau bestellen. Bleibt nun aber auch gerne dran, wenn ihr die nächsten beiden und noch leistungsstärkeren Modelle kennenlernen wollt. Das Modell aus der mittleren Leistungsklasse, das wir euch vorstellen wollen, ist der Gas Piccolo von Morso. Dieses Modell kommt mit den perfekten Abmessungen von 40 cm in der Höhe, 46 cm in der Breite und knapp 50 cm in der Tiefe und besitzt damit eine große Grillfläche von 44 x 39 cm. In Kombination mit der stärkeren Leistung, der Morso Forno kann es auf insgesamt 3,6 Kilowatt bringen, ist das Modell auch für größere Grillrunden geeignet. Er kann sowohl einzeln als Tischgrill, aber auch in Kombination mit einem Grillwagen als Standgrill verwendet werden. Auffallend bei diesem kleinen Barbecue-Grill ist das harmonisch geformte Design mit der pulverbeschichteten Oberfläche. Auch ein kleiner Schornstein befindet sich an diesem Tischgrill, welcher für eine gute Luftzirkulation im Inneren sorgt. Überzeugen kann das Modell zudem durch eine stufenlose Regulierung der Brennerleistung über einen Drehregler an der Vorderseite, seinen Deckelthermometer und auch die höhenverstellbaren Füße des kompakten Gasgrills, womit man es auch an unebene Böden anpassen kann. Aktuell gibt es einen 50 Euro Gutschein für den Morso Forno. Wenn ihr euch weiter zu diesem Modell interessiert, dann könnt ihr nun gerne über den zweiten Link in der Videobeschreibung auch mehr zum Modell erfahren oder diesen Gutschein einlösen und den Tischgrill auch zu euch nach Hause bestellen. Wenn ihr noch mehr Leistung und noch mehr Größe bei eurem kompaktem Tischgrill haben wollt, dann bleibt jetzt auch gerne dran. Der letzte Mini-Gasgrill, den wir euch vorstellen wollen, kommt von der Firma Outdoor Chef. Mit dem Modell Mini Chef 420G haben sie einen handlichen und trotzdem sehr leistungsstarken Tischgasgrill auf dem Markt. Das Modell kommt mit einer großen Grillfläche von 42 cm Durchmesser, einer Brennerleistung von 4,2 kW, sowie auch vielen Sonderfunktionen, durch die das Grillerlebnis bei Mini Chef vereinfacht wird. Besonders praktisch bei diesem kompakten Gasgrill sind die starke Hitzeverteilung sowie auch das starke Fettverteilen durch das Trichtersystem. Durch dieses läuft das Fett entlang in die Auffangschale und sorgt nicht für unangenehme Spritzer. Außerdem bleibt der Grill Innenraum dadurch sehr sauber und die Hitze wird noch besser an die Oberseite, also an den Rost, abgegeben. Dadurch ist ein Wenden des Grillguts nicht notwendig und in Kombination mit dem sehr stark isolierenden Deckel können sehr schnell Temperaturen von über 350 Grad erreicht werden. Für eine gute Temperaturregulierung sorgt hier der Bedienregler an der Vorderseite, daneben befindet sich eine Pizzuzündung, womit man den Grill mit nur einem Knopfdruck anschalten kann. Für eine gute Temperaturüberwachung im Innenraum sorgt das an der Oberseite befindliche Deckelthermometer und eine gute Belüftung wird durch die an der Seite integrierten Luftschlüsse ermöglicht. Des Weiteren verfügt das Modell durch zwei Ablagetische, die zur Ablage oder auch Zubereitung von anderen Lebensmitteln dienen. Diese können wahlweise auch abgeklappt werden. Insgesamt handelt es sich beim MiniChef 420G von AutoChef um das leistungsstärkste Modell im Vergleich, welches auch durch die meisten Funktionen und ihr einzigartiges Trichtersystem überzeugen kann. Des Weiteren kostet das Modell nicht mehr als der Morso Forno. Beide Modelle sind für aktuell 250 Euro zu haben. Wenn das für euch etwas zu viel ist, dann schaut euch gerne mal beim Taino Grid2Go um. Alle Modelle sind wie gesagt in der Videobeschreibung verlinkt, da sollte was Richtiges für euch dabei sein. Ansonsten nun vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich konnten wir euch helfen. Falls ja, würden wir uns über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Danke dafür und damit bis zum nächsten Mal.